Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Doom Raider Legends. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwann mal an Universal, wie gesagt, falls doch, tut mir es leid. Aber das Spiel ist jetzt noch nicht so lange her, da kann das mal passieren. Ich hätte nämlich gerade eben überlegen müssen, Doom Raider Legends, habe ich eben schon mal an Universal, wie gesagt? Ich gebe dir gleich eine abgespeckte. Ich kann das Ding gleich auch mal draufbleiben. Ich habe das Ding noch nicht richtig auf der Kiste gehabt, ne? Okay. 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 Ist es nicht so ganz die Stelle, wo ich hin muss, möchte, hätten sollen, sein? Komme ich hier... Ich komme scheinbar echt nicht lang gesprungen? Nö. Das will sie nicht machen, Dillara. Das will sie ehrlich nicht machen. Okay, dann muss ich wohl doch irgendwie suchen, wo ich lang muss. Gut, ich probiere es jetzt einfach mal hier entlang. Die sind ja hier ganz offensichtlich nun ein wenig anders. Ah. Wusste ich doch, dass da eine Kante ist zum Klettern. Na, wie wäre es mit... Wie wäre es mit rüberhangeln? Das hat man auch noch nicht sowas. So eine Kette zum rüberhangeln oder zum schwingen. Zack. Ach so, hier. Zacki. Zacki, zacki, hoppi, hoppi. Och, Laraliebchen. Das sind so kleine... Ah, Patzer. Die mir doch ein bisschen... Gegen den Strich gehen. Kannst du auch auf der anderen Seite lang? Sieht irgendwie so aus. Ich gehe jetzt mal auf der anderen Seite lang. Einfach, weil Baum... Die Seite hier quält mir nochmal. Oh, nee, Moment. Autsch! Musst du gleich so ein Theater machen. Okay, die Seite will dann... Die Seite soll dann wohl doch nicht sein. Nehmen wir doch wieder die... Habe ich eben gar nicht gesehen, dass da ein Stück Kante abgebrochen war. Hm. Komm mal rüber und... Ups! Oh, Lara. Kannst du dich nicht einfach wieder an diesem festhalten? Den hier eben warst... Ach, meine Güte. Immer das. Ich hab das nicht richtig erwischt. Ich muss nochmal... Na? Geht das schneller? Oh, scheint irgendwie so. Und... Hopps und hopps und weiter. Mal gucken, ob ich diesmal... Na, irgendwie hat es nicht so... Wollen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, ich... Verziehe drauf, da lang zu hüpfen. Obwohl ich mich ja... Es mich ja schon... Jucken täte. Da ist nämlich was. Haben will. Haben will. Okay, komm ich hier irgendwie? Oder Moment, hätte ich da eventuell... Hätte ich da eventuell... Hätte ich da eventuell lang gemusst, solange das Tor noch... Ja, genau. Hätte ich da eventuell lang gemusst, wenn das Tor zu ist? Oder so? Aber... Moment mal, wenn das Tor zu ist, komme ich doch da gar nicht... Kann ich mit dem Haken irgendwas... Ich komme da leider nicht so schnell hin. Was? Du bist jetzt hier... Holla, die... Fee! Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier das da wegziehe? Oh, scheiße. Jetzt gibt es auch noch einen Kontrollpunkt. Ja, ich muss jetzt hier mal... Dinge ausprobieren. Nein! 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 Ja, ich weiß, es geht gerade echt nicht so ganz, was ich denn hier eigentlich mache, ich weiß es echt nicht, das da geht jetzt wieder ganz nach oben, hm, das Ding hier ist halt immer noch, ich schrafe es halt nicht, ne, irgendwie muss man da rankommen können, okay, warum auch immer, das Ding hier jetzt, weiß es nicht, oder Moment, Moment, eventuell, Lara, komm, ich will das jetzt, ich will das jetzt hier, komm, halt das Ding mal fest, halt dich mal daran fest, los, komm, was hast du denn eigentlich gegen das Betätigen, dieses Scheißdings, ah, komm schon, nicht ganz so geklappt, der ist nicht ganz so gefunst, wie ich mir das vorgestellt habe, komm, hol das Ding runter, okay, ähm, na prima, oh, ist das schnell, das ist aber auch so schnell hier, nach unten zu, ist es wieder so schnell, halt die Fee, also ich probiere hier jetzt was ganz Bestimmtes, ah, komm schon, da bin ich natürlich wieder mal schnell genug gewesen, oder, eigentlich ist es exakt so, wie ich mir das hier dachte, jetzt muss ich nur mal gucken, nein, das Ding geht hier, das Ding geht hier jetzt natürlich ganz nach unten, komm schon, verarschen, oder Moment mal, ich komm da hin, ach, passt schon, gut, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert, so, wie ich mir das vorgestellt habe, so, komm, mach hin, Lara, komm, komm, mach hin, zack, ja, gehst du zur Seite, gehst du, gehst du, achso, ich muss eins runter noch, beinahe wäre ich gesprungen eben, ups, ups, so, jetzt haben wir hier einen Kontrollpunkt, und wir haben hier eine Markierung, die wir hier nicht so groß hin können, oh, ja, was hat's denn hier, okay, und für wir hätten mal einfach hier nur langklettern müssen, na, prima, ähm, achso, da muss ich hier so machen, wunderhübsch, ah, guck mal, wie es sich schön hangelt, ah, und die Busen hin und her schwingen lässt, so, theoretisch, praktisch, muss ich eh jetzt hier runter, ne, oh, ja, mhm, nennen wir mal so eins zu uns, denke mal, wir werden noch genügend finden, so, dann lassen wir hier das Tor mal noch komplett aufgehen, das müsste jetzt das goldene Dingens gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe, nein, jetzt komm schon, wegen so einem kleinen, nicht ganz, äh, Gratsteher, springst du jetzt an der blöden Kante vorbei, du willst mich doch trollen, Lara, du willst mich, du willst mich, ja, ich will dich auch, aber das hat hier jetzt nichts mit zu tun, das können wir mal ein anderes, ein anderes Mal klären, du machst jetzt einfach mal hier schön, was ich dir sage, zack, so, dann muss ich jetzt hier eigentlich nichts weitermachen, ich gucke mal kurz, na, wir haben das goldene, wir haben zwei silberne, wir haben neun bronzene, jawoll, das goldene war hier aber ein kniffliger, aber ich wollte mir das jetzt unbedingt auch holen, hoho, solche, solche Pfeile von interaktiven Zwischensequenzen kommen mir dann doch, nein, komm, fick dich, okay, das hab ich, das hab ich schon, nur das hier leider nicht, naja, hier hätte ich bleiben können, ach, komm schon, das ist jetzt wieder mal so ne, war hier nicht eh, war hier nicht eh nochmal ein, ein Checkpoint gewesen, aber ich muss sagen, hier dieser Pfeil, in dieser interaktiven Zwischensequenz kam doch jetzt wieder, er ist gerade ein wenig unerwartet und plötzlich und, ja, so, dass ich hier leider gerade nichts mehr tun konnte, ja, da war, die Reaktionszeit war aber auch wirklich so dermaßen kurz, nein, keine, kein Kontrollpunkt, schade, ohho, gleich kommt das nächste, ohla, die Fee, Puh, gut, ich schätze mal, das war dann jetzt doch nochmal recht einfach hier, Kontrollpunkt, ich möchte einen Kontrollpunkt haben, äh, den krieg ich wahrscheinlich jetzt eh gleich, ah, da ist mein Kontrollpunkt, da haben wir wieder irgendwelche Tretmanteile, oder, kann das sein, ne, doch nicht, schade, ich dachte, gehen sie über eine Kante um sich daran festhalten und hinter, kann das auch so machen, ja, aber, ähm, das war jetzt nicht ganz so megamäßig, da ist doch wieder irgend so ein Mistvieh, oder? Oh, groß was, Alter? Groß was können tun die jetzt hier gerade nicht? Mal ein wenig Licht machen, gucken, was hier hat, ah, ja, da hat's ein, äh, da kommst du nicht ran, Teil? Na, irgendwie komm ich da ran. Oh Gott. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all denen steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Ich kann mir das bildlich vorstellen. Was die hier wohl getrieben haben. Hm, ne. Was ist denn da noch weiter oben? Okay, lassen wir das mal. Nach unten. Und, opsa. Ja, Lara, ich mag dich auch. Gerade am überlegen, wie ich das wohl... Ach, Moment mal. Eventuell exakt so. Moment, das probieren wir gleich. Ich will das aber auf jeden Fall haben. Ja, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, her damit. So. Das war das dritte Silber, ne. Man kann das nämlich jetzt auch nicht so ganz... Ach, hier noch irgendwas mehr weiteres Zeugs. Da war ja nichts mehr noch versteckt, ne. Hopp. So, ich schätze mal, dass ich hier in der Tat nicht mal hinkomme, so. Das heißt, ich muss sogar über diesen Weg hier dahin. Das ist doch immer wieder mal so blöde Fallenlist. Das ist halt mal Fallen. Wir müssen wissen, was da ist. Gar nichts ist da. Mal gucken, was das Licht macht. Sagt mir nicht viel. Machen wir gleich wieder aus, so. Zieh dich mal hoch. Da haben wir ja jetzt nichts weiter, ne. Tritratro-lala. Und das gefällt mir überhaupt nicht hier. Lauter Trümmer, Bruchstücke, Felsen. Gedöns liegt hier im Weg rum. Ich laufe jetzt einfach mal drumherum. Oh, ein Kontrollpunkt. Das heißt, äh, was auch immer uns da erwartet, werden wir erst im nächsten Part sehen. Denn das war's dann jetzt wieder mal. Und im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.